Woj DS 900X Nützliches oder unnützliches Zubehör? Wir montieren heute Motorschutzdeckel der Firma Wunderlich an dem Motor von der Woj DS 900X. Einmal ein Kupplungsschutzdeckel und einmal ein Lichtmaschinenschutzdeckel. Da dieser Motor identisch ist mit der BMW F900, passen auch diese Zubehörteile an den Motor der Woj DS 900X. Beginnen wir mit der Montage des Kupplungsschutzdeckels vom Motorgehäuse. Untertitelung des Kupplungsschutz 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 Das war die Montage des Kupplungsdeckels Das war die Montage des Kupplungsdeckels Schutz an der Woj DS 900X Wie ihr seht, die vordere Schraube liegt noch eine Dichtscheibe dabei Diese sollte unterhalb dieses neuen Schutzes montiert werden Da diese original von Woj bzw. BMW so vorgesehen ist Machen wir weiter mit dem Deckel der Lichtmaschine Auch hier die Abdeckung der Firma Wunderlich Passend für die F 900 von BMW bzw. den baugleichen Motor der Woj DS 900X Das ist die F 900X Das ist die F 900X Das ist die F 100X Das ist die F 100X Das ist die F 100X Ausatung der Wand universo Das ist die F 120X Das ist die schlimmste und der floor direkt Okay. wie ihr seht ist die montage recht simpel schützt die deckel vor beschädigungen für leute die eventuell etwas heftiger im gelände unterwegs sind sicher hattet ihr bemerkt dass ich die schrauben sehr leicht raus drehen ließ ich habe diese natürlich vorher mit einem entsprechenden werkzeug gelöst um dies auf der videoaufzeichnung nicht ganz so umständlich zu machen die schrauben sollten später wieder mit 20 newtonmeter angezogen werden